Es hätte mindestens 1000 irgendwas sein müssen oder so. Ne, das hab ich nicht. Ich hab so knapp 300. Ja, dann von der Runde gerade. Hallo. Ja, Flo, wir hören dich mal. Ja, dann sag was doch, weil ich hab halt gelegt. Und wir haben schon zehnmal gesagt, das würde ich hören. Ey. Das hab ich dann nicht gehört. Danger, kauf Random Mart. Das ist schwer für dich. Ja, nein. Nein, Danger, mach's nicht. Ja, wie wenn's lag, dann Random Mart. Was kaufen? Random Mart. Nein, nix zu kosten. Das macht ein Random Event. Nein, mach. Das macht ein Random Event. Das macht ein Random Event. Das macht ein Random Event. So, was schreitst du denn da noch alles? Ja. Wenn ich da unten lagge. Wenn ich nicht verwegen kann. Oh Gott, Vitali. Aha. Warum hörst du nicht auf mich? Oh. Oder Detective. Ich hab schon 110er Bündel. Aber was bedeutet das jetzt? Oh Flo, was ist denn? Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Nein, das kann Schaden machen oder auch heilen. Das ist... ...dingend da, keine Ahnung. Ich hab keine Waffe. Hallo Flo. Nein, kein Geld mehr. Hoch. Ich bin irgendwo durch ein Haus gelaufen und durch eine Deckel gestürzt. Nein. Ich konnte noch was nehmen. Geh, geh bitte weg. Flo, komm mal mit. Oh. Flirex, die sind da. Hä, wo bist du? Ja, geh mal den Gang da weiter rum, wenn da lauft es. Oder bist du in dem Haus? Ich bin so in einem Gang. Geh mal da rein. Ey, da ist aber irgendwas. Stell dich mal auf den Stuhl und drück mal die Ruhe. Nein. Ich hab das auch überlebt. Lucy ist Traitor. Lucy ist Traitor. Hey, ich hab doch nix gemacht. Doch, doch. Hey, auf mich wird gefasst mit dieser. Hey, ich hab nix gemacht. Giftkanone. Ich glaub, das war der Vini. Na, ey, was für Giftkanone? Doch, nix gemacht. Doch, doch, ich sterb gerade. Ich geh doch gerade die Lucy. Hallo, ich töte die Lucy. Hörst du nicht zu? Wo sind die denn, Mann? Ich seh da wen. Hab ich? Ne Viti. Doch, du sag. Viti, du leckst n bisschen. Schicker Rucksack, Viti. Wer ist denn jetzt gestorben? Schicker Rucksack, Viti. Den hätt ich auch geert. Dafür würd ich töten. Mann, diese. Kann der jetzt mal die richtige Waffe hier aufsammeln? Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Ach. Wo ist der Tobi denn? Oh, ich hör ja den Möwen. Ich dachte erst, das wär ne Taube. Oh, korrekt. Danger, lebst du noch? Oh, scheiße. Ich hab halt gar keinen Plan, wo du hier bist. Oh la, das ist ne Leiche. Ne? Simki, der Tobi ist Traitor, ne? Ich hab grad irgend so'n Menü aufgemacht. Okay. Und ich hab die Leiche vom Floco vom... Ja, pass nur auf. Mach da grad so'n komisches Geräusch? Ach man, das ist ja scheiße. Dann nehm ich doch lieber die alte gute Sniper Rifle. Der Tobi ist Traitor. Ich trage Gucci und Prana. Was ist da denn? I would catch a grenade for ya... Oueaaah. Hä, warum sind denn eine Frösche? Awww. Nein, ich seh den nicht. Kann die Tür zu laufen. Frösche? Hä, ist ne wirklich Frösche hier. Hä, die attackiert mich. Die scheiß Frösche! Hei Frosche! Das sind Frösche. Das ist ein Schildkröten. Wie gut das ist, dass man mit den E-Leitern gehen kann. Hast du das geedit, Vince? Hm? Hast du das extra hinzugefügt? Das sind Turtles. Ja, von mir aus. Ich sag Frosch. Weil die hüpfen so komisch herum. Ne, ich muss die Tür zu machen. Die Turtles können auch Türen öffnen. Äh, geht's denn? Wir machen Fortschritte. Haben die perfekten Erfolg bekommen. Ja, was hat denn? Ich sag doch mal, wie die war's. Da. Oh, jetzt kommt vielleicht noch neue Maps an. Ah, gut. Flo, wieso meintest du, dass ich das war? Ja, also war's es doch nicht. Ich hab Lucy getötet, immer noch. Aber du warst ja gerade bei dem. Ja, das hat so ausgesehen, wie wenn du's gewesen wärst. Hä? Ich hab mich in deine Richtung geguckt. Ah, keine Ahnung. Du hast immer noch das Backpick an, für das ich töten würde. Ja, das hab ich gespürt. Ich würd nochmal dafür töten. Nachher als Innocent. Erwiterlich, wo bist du dran? Da, wo du nicht bist. Ja, die sag mal, wo du bist. Nein. Ich hab voll gedacht, willst du das die ganze Zeit bei mir oben? Ich hab richtig Angst gehabt. Oh, ich hatte keinen Plan. Oh, man, wer hat das schon lange gemacht, der TH. So, eigentlich, wir haben vorhin beim Rücken. Wollte ich jetzt auch gucken. Was ist da leckeres drauf? Döner. Hey, wo bist du jetzt? Junge, nein. Sag mal. Hallo Detective, wer auch immer das ist. Ah, hallo. Guck gerade auf mein Handy. Cool. Hey, wo bist du? Da ist ein Spiegel. Na, du süß. Ja, du bist bestimmt im Shop gewesen. Da stand die ganze Zeit hier. Da stand die ganze Zeit hier. Na, was ist das? Ey, der ist dein Kili doch. Ne, noch nicht. Aber wer war im Shop? Simki, vermute ich. Da stand ganz dran. Der Ninja muss ja auch noch eine Piste bekommen. Magi schießt auf mich. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Lebt den schon? Ja, Magi war Traitor. Ja, Deja lebt auch. Sehr gut. Vitali, wo bist du? Junge, nein. Jetzt sag du mal, wo du bist. Ich hab dir dein Leben gerettet, Danger. Du wirst schon eh safe, diese Hände. Dass doch, wo du Mülltonen abhackeln willst. Ich wär dafür, dass der Vitali tölt. Ich geh wieder mit den Mülltonen ab. Ja, dann geht mich. Boah, ich war vier Tage unterwegs. Ich will eigentlich zu dir fahren erst. Sag ich den. Hallo, weiß jemand, wo der Vitali ist? Ich bin fast 4000 Kilometer gefahren. Ich hab Angst, was jene ist. Das ist niemand, wo ich bin. Ey, jetzt hat der Danger meinen Job kaputt gemacht. Wollte ihm ein Item geben. Jetzt hab ich auf seinen Namen geklickt. Seitdem lädt das da. Da krieg ich jetzt alles. Nee, da kann nicht sein, aber... Ich kann das jetzt auch nicht neu starten, oder so. Ich glaub, ich muss auch warten müssen. Aber wie ist das? Bei mir ist die Latif. Wo ist das? Wo bist du? Auf der Straße. Sag das nicht. So kann ich die auf hier nicht aufsammeln. Irgendwo war der Vitali? Nel, flügt mich. Dahinter. Na, der war auch hier. Ey. Aua. Da ist irgendwer. Ah. Hä? Oh, irgendeine Trottel, ne? Ey, Vitali, wirst du... Hä? Hä? Was weißt du denn jetzt, hä? Viel Spaß, Vitali. Ey, ich auch nicht. Seid nicht, dass du den Innocent hilfst. Und trotzdem halt. Wer hat denn jetzt diesen Orbitalllaser geschossen? Ey, Vitali, und Danger1s nicht. Ja, ich auch nicht. Ich hab euch gesehen. Ich auch nicht. Wir müssen Russi oder wen gehört gewesen sein. Ich weiß nicht. Ich bin safe. Ich weiß nicht. Ich bin safe. Dann sollen die bei sich umbringen. Ich weiß ja nicht mal, wie das geht. Ey, Vitali, das geht nur 30 Sekunden. Was ne Kacke. Weißt du, wie das geht? Ja, ich komm mit dem Shop nicht klar. Ja, das kann jeder sein. Gehen und schießen. So, so. Ich hab mir niemals irgendwas auf den Trader-Shop geholt. Auf dem Deletiv-Shop gehst du den Random-Mart, aber anderes auch nicht. Was ist das für ne Musik? Jetzt hört das auf. Hier, jetzt siehst du mich. Da hell. Hallo. Hier bin ich die ganze Zeit. Und ich hab Magi hier mit umgebracht. Cool. Ich bin in meinem Müll-Container. Hä? War jemand, wo Vitali ist? Da ist Lyrax. Danger, lauf mich zu meinem Müll-Container, bitte. Das ist mein Müll-Container. Das ist mein Müll-Container. Das ist mein Müll-Container. Hier gehöre ich rein. Warum fliege hier Waffen, du kackt mit alles. Ich gehöre ich in meinem Container. Das ist wegen der komischen Wand, die da noch. Das ist nicht so. Oh, geil. Tschüss. Halli, wo bist du? Ich gehöre ich ab. Hey, ich bin ein Detektor. Das ist mir egal, was du willst. Was ist das denn? Danger, bitte lauf mich in meinen Müll-Container. Bitte. War nur ein Warnsuch. Hey, Vitali, warum weiß ich nicht? Ja, ich hab das gehört, aber du hast in meinen Müll-Container weh getan. Hey, Vitali, weil ich das nicht. Oh. Weil ich Traitor bin. Vimki, geh weg. Hey, echt? Ja. Simki, bitte. Ja, ich bin im Weg. Ey, warum schieß ich mich ab, ey? Die Milchspielung, Traitor bin ich. Ja, mach mal. Oh nein, ich hab auch keine Shotgun bekommen. Ey, warum kann ich denn Vitali nicht... Ja, war ich Traitor? Guck mal, genau hier rein gehöre ich. Ey, wieso bist du Traitor, Vitali? Wo ist da Simki hin? Ja. Weiß ich nicht. Der hat sich grad vorbeigelaufen. Da hinten ist der. Da hinten, du musst einmal... Da... Ne... Ne, anders... Da ist es gewesen. Der hat nämlich die Hand genommen, dass wir mal eine Bombe aussah. Helf ich dir, weil dann komm ich nicht nochmal Hand... 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 Schellen mache. Keine Ahnung. Ist jetzt da die Map mit den Autos? Mh... Nein. Oh. Boah, Schiff... Warum schauen wir denn an Schiff? Ist doch voll Kacke, ey. Oder die Map mit den Autos. Guck mal, alle rüber. So ist gut, so ist gut. So ist gut, so ist gut. Nein, nein, nein. Weiß zwar nicht, was das ist, aber trotzdem. So, jetzt gibt's jede Bucke. Ey, die hatten wir schon. Jetzt kriegt man pro Minute 100 Punkte. Aber ist halt nicht OP, dass wir dann jetzt so viel kriegen? Ja... Guck mal, wie viele Runden wir schon spielen und man kann trotzdem sich noch nicht vier holen, so. Aber ich komm mir zwei Sachen kaufen. Ja, aber... Ich kann mir ja zu Not noch mehr hinnehmen. Deswegen bekommt man jetzt ein bisschen mehr, zumindest. Ey, ich will für gestern roten Frödi Kaka. Äh, ich hab schon gevotet gestern. Weißt du, ich seh so um 0 Uhr 2, dass ich weiß nicht, um zu voten. Aha. 0 Uhr 14. Danger, hast du schon gesehen? Wir sehen die Ludolf. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, ich bin jetzt auch ein echter Ludolf. Ludolf? Nein, Ludolf. Ludolf. Die Nudeln. Hat das ja mit Nudeln zu tun? Ich hab heute und morgen mal die Geissens geguckt. Was hat was mit den Nudeln zu tun? Robert! Oh mein Gott! Hä? Hä? Was muss ich nochmal machen, wenn ihr fertig geladen habt, die Ressourcen? Fending Client Info. Was? Wo hat die Pakete da? Ja, die Ressourcen. Ähm... Bitte mich nicht töten, was immer da kommt. Ich auch nicht. Du machst Rechtsklick drauf? Robert, mach da kommen. Da steht es. Ja, ich wollte bei mir ein bisschen... Low. 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 Ja. Bleib mal bitte kurz leise. Ich will der Lucy das erklären. Ja, vorher mal leise. Danger nicht schießen, bitte. So, Lucy, du musst Rechtsklick drauf machen. Ja. Hä? Slack. Was ist das denn für ein Archiv mit MacLow, oder? Rechtsklick? Frau Vitali. Vitali. Du machst Rechtsklick auf die Datei? Ja. Und dann hier extrahieren, oder irgendwie so was steht da. Ah, Simon. Ne. Kann man hier rein? Welches auf dem Desktop vorab wie, irgendwie... Wo hast du das denn? Ja, normal wenn es wieder downloadet ist. Ne, ist das da oben. Ja, ne, dann musst du das entpacken. Hä? Was? Äh, ist nicht so schwer. Ich hab keinen Plan. Wenn du... Windows hast, dann hast du... Dann kannst du ganz nochmal Rechtsklick drauf machen. Ne, wir müssen einen Stablauf machen. Und dann steht da... 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 Und dann kopieren. Aus Konik entfernen. Und dann schnell Zugriffsliste. Ja. Wir brauchen das so. Hm. Hmm. Danger, was kaufst du dir? Das musst du eigentlich so Rechtsklick entpacken können. Du sie bist im Ordner zu ändern. Danger? Du hast dir schön gekauft Danger? Und diese Sounds von der VG im RG aufgesagt. Danger, du schon gekauft. Ich hab keinen Plan. Da hinter der Trix antwortet mir. Hast du die Datei schon runtergeladen oder nicht? Das ist alles nur geflaut. Ja runtergeladen, ja. Hä Flo, warum bist du mal geteilt? Ja dann muss ich die einfach entpacken. So halt. Und du hast ja kein ZIP Programm. Was ist aber schon... Das ist standardmäßig mit Windows kannst du ZIP-Dateien entpacken. Maggi ist Traitor. Maggi ist Traitor? Lucy, geh mal in den Ordner, wo die ZIP-Datei drin ist. Hey, Maggi ist Traitor. Ja, das ist gut. Ich bin hier irgendwie gefangen, so. Jetzt bin ich hier im Traitor. Hä? Was ist das? Deja! Hab ich mir schon gedacht, dass der Danger ist. Fuuuck! Bin jetzt nicht gut, zwei Traitor gekillt. Eieieieieie! Ich habe nur, weil der scheiß Waffenlager aufgemacht hat. Und er ist so unpräzise hier. Und meine Merez überlebt. Und er hat auch so unpräzise hier, ne. Ich hab's halt so verblankt. Ich hab einfach nur EE gesprungen. Da ist die Pistole sogar präzise. Lol, wie sieht der denn aus? Hallo, bei mir ist der Flohenskelet. Das ist richtig hässlich. Ey, das ist ein... Man kann... Man kann sich hier Skins kaufen Danger. Das ist hier der Neufelserver. Ich bin explodiert. Drück mal F3. Ihr habt ihr euch jetzt Skins gekauft oder so? Ja. Okay, weil ich wollte schon sagen, weil auf einmal haben wir nicht mehr Punkte als vorher. Ja, weil ich jetzt die ganze Zeit gespart habe. Danger, du kriegst auch noch was, das kannst du gleich öffnen. Ja, ich bin eh nur. Leider. Ich brauch mal wieder so ne Petscase, dann bekomm ich sie nie. Nee. Cool. Und wie kann ich das jetzt nutzen? Ähm, drückst du F3 und dann ist da dein Inventar. Und dann kannst du die Kiste anklicken und dann kannst du da open. Ich muss mir aber auch mal irgendwas drauf. Ja, der kommt direkt so ne Rob, Alter. Ach, cool. Von Assassin's Creep, den habe ich. Alter, aber wie kann ich den jetzt einsetzen in Skins? Ähm, ziehst du rüber im Inventar, dann in dieses Modelfeld. Toll. Danger, sieht anders aus. Jetzt bin ich Assassine. Boah, der ist direkt schneller dadurch. Ist der geil. Nein, nein, ist nicht dadurch. Echt nicht? Nee, nee, echt nicht. Ich komm damit nicht klar. Ich komm weiter aus dem Inventrum. Ah nein, da kommt der Assassine, der Danger. Komm. Hä? Was ist dieser Schreigeräusch? Hört ihr das auch? Nein. Manche Sachen muss ich nochmal überarbeiten, die funktionieren irgendwie nicht. Er ist irgendwann gerade gestorben. Ich weiß nicht, hab schon so gemacht. Morderei habe ich gehört. Der Danger ist noch, nee. Der Vitaly gibt's noch? Vitaly. Warte, ich geh mal gucken, wer der ist. Vitaly. Hier ist die Leiche. Der, oh, war Traitor. Ja gut. Hey, hier ist noch ein Toter. The Danger. Ah, ich denke mal, sie hat ihn irgendwie explodieren lassen. Hä? Wer lebt sonst noch, hallo? Kommt man eigentlich in den Untergrund hier auf der Map? Hobby, warum sagst du nicht, dass du willst? Oh Leute, jemand wollte mich twillern. Wer ist das? Ja, der Tobi, der Tobi. Oh, ich muss nachladen. Warte kurz. 2 Sekunden, danke. Oh scheiße. Bist du denn gestorben, Lucy? Er hat irgendwie nur Bumm gemacht. Aber wie hast du ihn denn erwischt, Tobi? Ich habe eigentlich gewartet, bist du dieses Waffennager da aufmachen. Äh, ich habe da, ich habe da eine Mine hingelegt. Aha, okay. Schon gewundert. Aha. Schon tot. Äh, Lucy, wie bist du gestorben? Ja, ich bin da reingelaufen. Das hast du nicht gesehen. Die fällt bei mir gar nichts komisch aus. Ja, das ist aber kacke, wenn die das nicht sehen, Mann. Hä? Tobi, Minus 4 Punkte, gönn dir. Das ist nur, weil die die Textur nicht hat, Mann. Das steht dick unter der Slam. Aber das fehlt nicht. Ja, das... Bei mir mit den Texturen. Boah, Winnie, du musst dir eben nur entpacken, musst du diese Ordnung. Bist du denn jetzt schon mal in deinem Download-Ordner gegangen? Selbst ich habe das denn bekommen. Ja, ich. Ich hab' sie schickt. Winnie? Lucy, bist du in deinem Download-Ordner? Ja. Hallo, Winnie. Da musst du da rechtsklick auf die Datei machen, oder kannst du eigentlich sowas wie hier entpacken? Winnie? Ja. So, ich glaub' der Tobi erklärt der das jetzt. Einfach am besten. Witter lebt nicht 110, sondern 1.000 Euro. Ja, mein ich doch. Oh Gott, Winnie. Hallo. Simki ist bei mir. Ja, Winnie ist bei mir. Bei mir ist Danger. Warum hast du die Tür zu Winnie? Ja, ja. Warum nicht? Ja, die Leute bis hier. Ja, meine Leute zu machen. Ja, bei mir ist Danger. Aber dich sehe ich nicht. Ja, ich dich aber. Oh Gott, wow, denn da was ist zu verletzten. Aber ich war das Schätze, das ein Ziel ist. Die Momsen, ich bin nämlich in Nachrichten. Ja, der gehört, glaube ich gerade, muss ich, wie man das macht. Ist das nun? Ja, ich kann das nicht so sein. 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 Mach der dann auch. Du bist locker Traitor. Ich? Ah, ich packe. Ja, hier die Garage machen die auch. Achtung, hier ist Danger. Wo? Da hinten. Hallo Danger. Ey, hier schießt jemand. Ich habe ja doch mich geschossen. Flo hat jetzt so... Nee, Flo hat hier gerade gegen das Tor hier geschossen. Der hat mich geschossen. Der hat mich geschossen. Der hat mich geschossen. Das ist aber kacke, wenn der in einem anderen Channel ist. Oh, sorry. Nice. War er? Klar war er. Ey, ich will hier den Ding haben. Nein, aber nicht. Ich war... Sorry, Tobi. Sorry, Tobi. Hä, was tut dich umfällig, wenn ich Tobi ist? Ja, Tobi. Tobi, Tobi, Tobi. Tobi, Tobi. Tobi, Tobi. Tobi, Tobi. Tobi, Tobi. Tobi, Tobi. Lu, Ji, Tobi. Du wärst alles klar. Kannst Ihr Почему selber künftig zu identifizieren? Ja, da kommen niemand auf die Idee zu erst identifizieren. Na ja, ich habあぁ alle Waffen weggeworfen. Bin dann hingelaufen, zum identifizieren. Aber hat auch keinen800 chips. Danger. du siehst einfach richtig lustig aus mit diesem Model. Liegt hier ne gute Waffe? Nee. Hast du Tom Bride-Model oder was? Ich hab keine Ahnung, nee. Ich glaub irgendeine von Half-Life oder sowas. Ah, okay. Oder nee, warte, das ist, ähm, Zoe heißt die. Von was ist die da? Ist doch auch sofort das bekannte Spiel, mein ich. Half-Life, oder was? Ich bin Dayton. Ach, ich hab keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Steht das nicht da? Mh, nee, ich hab dir selber alle hinzugefügt. In solchen Model-Packs. So, du hast dir grad die Garage aufgemacht, ne? Hast du mein Minecraft-Score hinzugefügt? Ja, die Trade, aber auch die Garage. Theoretisch, ja. Aber ist viel Arbeit, wenn man Model und sowas aufstellen müsste. Nein, hab ich nicht, die war die ganze Zeit zu. Aber möglich ist es. Wir haben auch schon überlegt, ob wir irgendwie den Spawn hier zu ner Map machen. Nee, ich mach gar nichts, wo ist denn der? Der ist relativ weit links unten. Der ist relativ, was baust du da? Kann man das Ding hier eigentlich auch? Random Gun. Wenn du mahst, nicht random gun. Wenn du mahst 4000. Oh, du Doofkauf. Ja, den gibt's bei mir nicht. Ah, doch hier. Wie benutzt ich den jetzt? Dir. Oh. Hallo Danger. Und werden die aufgedeckt, die Traitor sind. Ey, wer schießt da? Tobi schießt, Tobi schießt. Tobi, Tobi. Ah. Bin ich schießt. Nein, Tobi. Wieso hast du mich denn gerade eingeschossen? Nein. Das mit dem Ding hat nicht mehr funktioniert. Keiner von euch ist ins Geld geworden. Hühnchen. Wieso hast du dich da rumgeräht? Man ist auf mich geschossen. Ich will einmal in den Traitor-Raum gehen, ne? Und ihr, ich muss nicht immer mal irgendwie all daran. Man kann nicht in den Traitor-Raum. Doch, kann man. Nein. Doch, kann man. Doch, man kann hinten in diese Traitor-Garage. Ja. Wo die Waffen drin sind. Da camp ich nämlich die ganze Zeit schon nebendran. Also das habe ich jetzt hier nicht verstanden, wie der Tobi nicht gestorben. Ich habe voll den Kopf gehalten. Ich gehe jetzt mal direkt mit dem Ida tief. Der rennt da schon so verdächtig hin. Ne, du rennst da schon so verdächtig hin. Hallo Gefahr. Ich renne mal ganz Zeit, weil ich bin. Gefahr. Gefahr. Kommst du nicht durch, Danger. Mach mal die Garage hier auf. Ja, okay, warte. Ich habe den nie getötet und er war Traitor. Ey, wann hast du den getötet? Die hat er mich angeguckt. Hä? Hier sind die ganze Zeit hier oben. Er hat sich nicht verhaftig hingestellt. Außer jetzt die Runde. Ich habe die Tür blockiert, Danny. Ey, das ist halt richtig random gewesen. Ey, Danger, das ist richtig scheiße. Das war kein random. Natürlich, das ist ja komplett random. Ich habe nur die Tür blockiert. Aber die ganze Zeit hast du das nicht gemacht. Ja, und? Dafür kommst du jetzt in den Knast. Komm, bitte. Komm, bitte. Ja, ich suche das gerade, Vitali. Ich kenne den Knast schon. Nein, ist der irgendwie... Ja, Knast. Der Knast. Irgendwann im Knast? Ja, der Danger gleich. Nix. Aber für die ganze Stunde sind sie dann, ne? Irgendwie so fünf Minuten oder so. Ne, ist ja für ihn auch gut. Ich wette, Lative ist sowieso. Ey, und was ist das? Alles klar? Was ist das denn? Danke, dass du den Wegklocki hast du, Benny. Hey, Maggi, Maggi. Ein Simki, Simki. Echt? Simki, Simki. Ja, wo ist der? Simki? Fuck. Los! Bam! Nice! Fass, Mann! Ey, aber Delta, du hast mich richtig random getötet. Seid nicht geil. Ich stehe da Blocki nur die Tür auf einmal. Brrrrrr! Gut. Okay, mein luck! Ich finde immer nur so Dreckswaffen. Ne, aber das ist... Whitney, ich wusste es. Ja, 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 ja. Das sind Blut, gar nicht. Deswegen war das ja kein random. Doch. Hä, welche? Guck mal, wir sind die ganze Zeit auf. Ich renne da immer hoch, weil ich da die Waffen abfuge. Ja, ich auch. Und die ganze Zeit... ...bist du in dem Raum und du guckst mich nicht an. Ja, ich wollte nur die Tür blockieren. Jetzt die Runde stellst du dich da hin und dann war mir das schon klar. Ich wollte auch nur die Tür blockieren. Ey, wie kann man auf... Trader ist hier und steht jetzt bei mir. Einmal Trader sein. Hey, da, hallo, ich stehe wieder hier. Hey, gibt's keinen Detective? Hä? Nein, wir sind direkt raus. Hey, kann dem Torwilchen raus. Du bist hier und Torwilchen raus. Achso. Na, wenn du ihn noch mal anschauen. Oh, du hast keine schönen Füße. Deswegen hab ich die jetzt schön gemacht. Ey! Nimm mal Stufel dann. Ich zeig die Stufel dann. Und dann verpasst du das. Äh. Der muss aber auch T-T spielen. Du hast ne Leiche. Ey. Junge, ich knall in den Kopf, Alter. Simon. Ja. Genau. Wenn wär's so, wie sie schon mit so ner komischen Bombe in der Hand hier. Ne. Da oben ist auch noch einer. Da oben ist auch noch einer aktiv. Der ist hier grad rechts reingerannt. Wer ist grad explodiert? Was ist das? Er hat explodiert. Oh. Ja. Toll. Simon schießt mich dran. Denker, weil du machst hier Feuer. Na, so. Denker, warte. Ah, Magi, nein. Oh. Junge, ich dachte, du bist tot. Hä? Das ist Simon. Digga, der hat mich grad angeschossen. Ah, hä? Der hat mich grad angeschossen. Wenn nicht, dann ist Flo. Da, da läuft Danger. Wo? Der ist recht zu den Waffenlager da. Ah, hat er. Ja. Da, da ist ein, etwas. Ey. Ähm. Ich hab mal Danger. Ich hab mal Danger. Ich hab mal Danger gecheckt, dass auf einmal vor mir steht. Jetzt die mir mit den Autos da. Jetzt die mir mit den Autos da. Ähm. Was ist denn? Ach, schnell. Ich hab mal was anderes an. Nee. Winnie, mach mal die mit den Autos. Rooftops, komm Rooftops. Warum? Weil die ist cool. Kann man Auto fahren, oder was? Geht. Ja, da kann man Auto fahren. Oh, easy. Ich will auch Auto fahren. Ja. Ja, können wir über alle Auto fahren. Am Anfang hab ich irgendwie nie TTT in Garrys Mod. Ich spiel nur Sandbox und so. Aber jetzt bei TTT irgendwie voll Spaß. Ich hab noch nie Sandbox gespielt. Ah, ne. Mach immer nur, das hat nämlich Garrys Mod ab. Und Sandbox, das ist, das gab's schon lange so von Minecraft. Und das ist auch einfach so zusammenbauen. Von allen möglichen Sachen. Nur halt viel komplexer. Mhm. Mit viel mehr Mods und so. Du kannst dann auch so Technik richtig krass verkabeln. Du kannst dir zum Beispiel eine Base bauen, wo du dich im Stuhl setzt und dann geschützt raus und steuerst und rumballerst und sowas. Ja, ja. Ja, oder du kannst da Luftballons dann so ein Bett dranhängen, dann hast du ja fliegendes Bett. Oder brauchst du den Katapult aus, keine Ahnung, aus einer Badewanne oder was weiß ich. Gibt's alles. Kannste super lustige Sachen machen. Da ist alles möglich. Genau. Workshop Complete, aber ich bin immer noch hier. Ja, bei mir steht auch schon eine Stunde Workshop Complete. Ja, ich warte jetzt erstmal, dass alle auf der Map sind, bevor ich die nochmal wechsle. Weil ich denke, das wird sonst irgendwo eh bei wem hängen bleiben. Hey, wieso Map wechseln? Ich dachte, ihr wollt die mit dem Auto. Ja, wollen wir. Mit den Autos. Hey, nein. Ich komm grad irgendwie nicht auf die Map drauf. Aber eigentlich ist sie schon ziemlich klein, äh, viel zu groß so für so. Die ist auch für Kacke für... Ja, dann lass erst die Map hier noch fertig spielen. Ah, jetzt direkt unter. Ich brauchst nicht mitspielen. Dann lass erst die Map hier fertig spielen. Hei, nein. Da hinten... Ich glaub' ich nicht mal mehr da. Das ist für Klientinfo. Kann man keine Granaten werfen in der Sepertig passages. Ich möchte immer noch Verkäupt-Kampleat. Ok, wer von euch ist Traitor? Ich bin immer noch auf dem Toilett-Screen. Ich meine aber die anderen. Man, warum kann man sich hier auch durch die Kisten wagen, das ist geil. Achja, Rooftops kenn ich doch. Ja. Das ist halt das Blöde, weil man das am Skin sieht, wer das dann war. Ja, sag mir nur wo. Keine Ahnung, wo ich bin, bei so einer Brücke und jetzt ist das Feuer. Bei einer Brücke und jetzt ist da Feuer. Das ist eine super Erklärung, ich weiß, wo der ist jetzt. Eine Brücke mit Feuer. Ja, aber Winnie ist einigermaßen gut beschrieben, er ist bei einer Brücke. Ja, es gibt nur eine Brücke mit Feuer, gerade. Ja, aber trotzdem, da gibt es einigermaßen wenig Brücken. Naja, kommt drauf an, was man als Brücke definiert wieder, ne? Ja, sehr viele Brücken. Cool. Hätte er gesagt, er wäre irgendwie bei Flo, wäre das ja viel schlechter. Ey. Ich hab ja eine Flo schon. Ey, ey. Ich hab das auch schon längst gehört, wo der war. Die Explosion kam ja da aus der Richtung. Kann man denn hier noch andere Skins kaufen? Ähm, mit den Punkten, die du bekommst. Damit kannst du halt Skins kaufen, dann kannst du in Kisten, kannst du Skins und sowas auch noch bekommen. Ja, aber eigentlich ist es voll lieb, eine Kiste zu öffnen, weil ein Skin kostet genauso viel wie der Key, Winnie. Ja und? Ja, aber dann kauf ich mir doch gleich lieber den Skin, den ich haben will. Jetzt, dass ich mir eine Kiste kauf und irgendwas bekommen kann. Ja, aber da kriegst du ja ganz andere Sachen drin, die gibt's auch gar nicht im Shop. Ja. Ja. Die ist bei mir. Ja, man kriegt jetzt aber pro Minute 100 Stück. Bloß nochmal bei jeder Runde, wenn man gut spielt, kann man auch so immer 200, 300 oder mehr bekommen. Ich hab Standbild und bin runtergefallen. Hab ich jetzt gehört. Achso. Warst du innocent? War Traitor. Er ist leider tot. Danke für seine Hilfe. Ich glaub wo ist Traitor. Da hat jemand... Ich glaub Vitali ist Traitor. Da hat jemand UFO geholt. UFO 301 Punkt des Sohns. Ey, aber das UFO ey, das ist kacke, wenn das einer benutzt. Da kannst du dich einfach das ganze Spiel drin verschanzen. Ich glaub der Vitali war das. Na, das war der Flo. Er will gerade flüchten. Ah, Tür, geh auf. Nein. Wer ist der Vitali? Hä? Vitali? Ich legge. Was soll ich machen? Ich legge. Oh. Ey, der mag so... Äh? Nein. Oh Gott. Er ist doch da gefallen. Äh. Äh. Seckst du euch auch grad? Flo. Hä, wo ist denn der Flo? Ach, da unten. Hä, Vitali, warum hast du denn nicht auf den geschossen? Hä? Wo sind die denn? Was? Wir waren im Fahrstuhl. Keine Ahnung, wo die sind. Ja, die sind beide tot. Ich hab den Flo getötet. Und Vitali stand daneben. Dann hab ich den auch getötet, weil der nichts gemacht hat. Weiß nur nicht, warum der Vitti nichts gemacht hat. Na? Hm? Oha, man kann hier irgendwo TNT setzen auf der Map. Hä? Echt? Ja, also so irgendein TNT, das kannst du dann aktivieren. Und dann springt dann irgendwie die halbe Map, glaub ich. Hä? Mach mal. Nee. Oh schade. Ist aber lustig. Hier liegen auf jeden Fall auch zweimal TNT, ne dreimal sogar. Auf wen wurde eigentlich das Friendship Laser Ding da gemacht? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nee. Also, war das dann noch Danger oder was? Danger, sag mal was. Okay, dann bist du das ja so gut hier. Hmhmhmhm. Hab ich ja am Anfang schon gesagt. Ich taste das? Ja. Lüger! Ist der überhaupt da... Und, glaub ich auch mal vor. Was ist denn los bei uns? Wir segen Ninja Turtles? Ja. Hä? Sieht PlatinerNorcichte. Wir schauen dich mal. Hutschehen Emприja? Ja. Ich fleiche mich. Ich hab glaub ich ne Stelle fürs TNT gefunden. Die an sich schon gerne mal probieren, aber ist mir zu gefährden. Ich weiß. Baaam. Nein. Oh oh. Wer macht denn hier das Passwort wieder, der Heizung fliegt? So ist das TNT? Hier drin ist das TNT. Könnte es. Wie bitte? Könnte es. Geht ja nicht. Musst dann hier erst verteilen. Scheiße. Fuck. Danke für den Winnet von dir. Ja. Witty, warum hast du denn nichts gemacht? Ich hab mit der Diffel auf in den Jostna war die Diffel leer, da heißt ein Sniper und Nahkampf. Ey, das sah aus, als ob ihr zusammen wegfliegen wolltet. Ihr habt ja so nichts gemacht. Ja. Ist nicht so. Ja. Ey Gitty. Ich würde das aber gerne mal mit dem TNT kurz probieren, da. Mach mal. Soll ich mal ausprobieren? Nein. Also da sind so weiße Xe verteilt auf diesem Dach. Ich kann mir vorstellen, dass man... Ich bin schon wieder runtergefallen. Boah Magi. Was machst du denn? Boah, aber ich kann nochmal weiterspielen. Ich kann aber weiterspielen. Alles gut. Wo war das denn nochmal mit dem TNT? Hey, das funktioniert. Habt ihr jetzt eins drangemacht? Ja. Habt ihr jetzt eins drangemacht? Habt ihr gleich? Hä, wo war das denn? Ne, ich glaube nicht. Da liebt sind mal. Ey du, ich bekomme Schaden. Wo? Also ich hab drei Stück jetzt draufgemacht. Wo war denn die Kacke? Ah! Was ist da? Ich hab's. Ey, ist das hier heiß im Key? Was ist das? Was ist das? Alter! 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 Hä? Was passiert denn? Hä? Hä? Das war das DNT. Das war das DNT. Nein, das Haus ist eingestürzt. Ja. Und ich wollte gerade über die Brücke laufen. Auf einmal verschwindet die Brücke. Ich war fast hier runtergelaufen. Das war lustig. Hä? Ich packe hier noch weiter, Mann ey. Danger. Na wo hast du dich versteckt? Ich bin in der Schlage von Steinar. treisse. Simkine, nimm doch ne andere Waffe. Häh? Winnie, das ist aber hier, da musst man auf so den Knopf drücken und dann, öö, geht das Haus kaputt, das ist nicht wegen dem TNT. Häh? Vitali, wenn du auf den Knopf drückst, mach das DNT bumm, Haus geht kaputt. highlightingatingere Klänge das habe ich doch gerade gesagt ich bin ja ich bin ja ich bin dumm ich gehe wieder zu dem Scheiß-Szenen zurück ich habe nicht verstanden dass wenn man alle setzt nein ich habe nicht verstanden dass wenn man alle platziert dann sterbt man darf ich durch? Nein 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 Der will nie wieder mit den Sehner an Hey wie hebt man das auf? Hey hast du bis zweite oder wie? Nein Dann hebt man das auf Wo ist noch mal das Haus? Nein das kannst du als jeder machen Wo seid ihr? Einmal rechtsblick drücken Warte warte nicht drücken nicht drücken ich will mich da sehen Nein Scheiße Oh ich wollte auch was runter gehen Simon mach das Haus jetzt zu dir Welcher Knopf bringt das dann zum Dingsen? Oh ich habe das ihn gerade runter fallen lassen Der Knopf hat den an Wo ist der Knopf? Ich habe da so Angst vorne Der Knopf hier Oh oh Passiert aber nix Das war so cool ey Das stand in der anderen Seite rolltig stehen Hat der Maggi das dritte überhaupt drangemacht? Ne Mach mal Nix zwei davon Passiert nix wo ist denn das TNT? Das andere davon ist runter gefallen Kann man irgendeinen Magnetostick nehmen? Maggi Das runter fallen lassen sorry Warum? Au Loll Das war das? Das haben wir sogar ohne an mir gehört Äh Das war aktiviert und ich habe das TNT da raus geschlossen Loll 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 Ich hab einfach so ein Fass da drauf geschossen Guck Und das hier ist jetzt schon ganz gut Der Vitali überschießt hoffentlich Wurde angeschossen Wurde angeschossen Wurde an der Vitali Waa? Hä? Nein Das war Hä? Nein der hinter und ich waren hier das heißt es muss der Vitali gewesen sein Hä? Oder der Vini Vini lebst du noch? Oh ja gut Dann ist er der hinter glaube ich jetzt auch tot oder? Nein nein Hinterlebst du noch Noch leb' ich Auf mich wird's geschossen Hä? Von wo? Keine Ahnung Das ist Von Dich Horn Ach in dem in der Hütte Die Hütte Weiß die Hütte ab Hä? Hä? Bin hier wo bist du? Mein Kollege schon tot ist Na Danger? Bist du da in der Hütte? Bin hier wo bist du? Bin in der Hütte im Wald Und du tot He.. äh Danger soll ich zu dir kommen Das Haus mit dir einreißen? Mach doch Okay Da fehlt eh noch ein TNT. Wo bist du, du Feigling? Na, Danger, hast du dich jetzt gesehen? Ja. Boah, was? Was war das jetzt? Das war der Vitali. Wart ihr beide weiter? Ja. Wieso kann man dieses Auto so selten irgendwo hinstellen? Ah. Oh. Ah, Boom. Buch? F- 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 F-